Heil Hitler, Friedrich. Heil Hitler, schön, dass du gekommen bist. Wir machen zuerst die medizinischen Untersuchungen und dann noch ein paar sportlichen Tests. Einverstanden? Gut, dann reihe dich ein. 13. 10. Augenfarbe. 15. Haarfarbe. B. Und warum möchtest du Jungmann auf einer der Schulen des Führers werden? Weil ich Führer, Volk und Vaterland an einer verantwortungsvollen Stelle dienen will. Nordisch. Klasse 1b. Klasse 1b.